Helper 2 wieder da und ja, ich habe die Höhe anpassen können. Aber ich wollte nämlich mal kurz dahin. So, wie kann ich? Ah! Kann ich hier? Aha! Sehr gut! So, ne? Kann ich mir... Was haben wir hier? Oh, da haben wir eine Tür! Ach, das ist sowas wie ein Security Breach. Ah, okay. Okay, da haben wir die Küche. Aha! Ja. Out of order, aber bald bist du in order, hey. Nee. Komm ich da hin? Ah! Irgendwann kommt ein Jumpscare, ich sage es euch. Irgendwann kommt ein Jumpscare. So, wir haben wir, glaube ich, jetzt alles hier angeschauen. So, hinter den Kulissen. Sag mal, hier. Superstar Kita, kannst du dir die Hände mit Farben und Papierfreunden schmutzig machen. Ja. Doch, dann machen wir das halt kurz mal. Äh, schon? Äh, schieß mit der Pfeife solle auf die Sachen, die du brauchst. Dann wirft Sonne sie dir zu. Pass auf, dass dir die Zeit nicht ausgeht, sonst wird Sonne sehr wütend. So. Oh Gott. Ah, hi! Oh Gott, hier ist ein Kerl, hey. Ja. Ja. Ha, voll aus Auge. Okay. Äh, ich starte dich. Hä? Äh, was denn? Wie denn? Wo denn? Oh, gut, gut, gut. Jetzt, dass du einen Bruch hast, ach ja, das ist die Zeit, es ist die Zeit, die meine Zahlen zu finden. Nur folgst die glücklichen Zahlen. Sie machen alle unsere Farbe für dich. Hier? Wenn du fertig bist, drückst du den Button und ich kann deine Arbeit evaluieren. Ach so, äh. So. Äh. So. Wo ist nochmal sechs? Warte mal. Bin viel zu langsam. Oh Gott. Zwei. 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 Wo ist die drei? Bin mal arschend zu werden. So. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wo ist die? Hä? Wo ist die? Ich habe nur vier, zwei, eins. Das ist... Hä? Ich habe... Ach so, ich muss die Farmen mischen. Hä? Und das habe ich hier gar nicht. Was ist das da hinten? Das hier? Wo ist das? Und wenn euch das Video fällt, gerne mal keinen Abonnieren, während ich hier verplant bin. Ich habe doch eins, zwei und vier. Wollt ihr aufmachen? Hä? Und da hinten komme ich nicht hin. Da habe ich ein kleines Problem. Da komme ich nicht hin. Oh, ich sehe gerade. Welches? Null. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ich glaube, ich muss ja die Farben mischen. Äh, ich muss die Farben mischen wahrscheinlich. Ja, ja. Nee, morgens nicht. Nee, morgens nicht. Zumindest, dass du mal ein paar Sachen anschauen, weißt. Dat ist wichtig. Und wir haben ein paar Fairs-Coins schon. Karussell. Schauen wir uns das mal an. Schau mal, gehen wir mal ins Karussell. Vapriere alle kaputten Sicherungen, ersetze alle kaputten Schalter und schalte den Strom ein. Vapriere die Platine, vergesse nicht mit der Lötpistole neue Drähte einzulüten. Kriegen wir schon hin. Wah. Wow, es ist nah. Alter. Ui, da sieht das geil aus, hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Oh Gott, oh Gott. Bläh. Wo ist er? Aha. Da ist er. Oh Gott, oh Gott. Ich hör'n. Jumpscare. Nein, da. Ah. Viel ist er fährt. Viel ist er fährt. Nix, Norti. Nix, Norti. Nix, Norti, Norti. Oh Gott, wo ist er? Ich finde nicht. Ich finde nicht. Er findet mich nicht. Ich hör'n. Ich hör'n. Wieso? Wieso wirst du leise geworden? Wieso ist er auf einmal leise geworden? Oder bin ich auf dem Norten irgendwas gekommen? das könnte sein wo ist er oder fährt er auf dem karussell das wird jetzt es würde heiß er kommt näher ach nee da ist er wie was wo ja ja erst mal schauen wo der ist lass es da klingt ihr braucht es kollege braucht es aber dringend wo ist er wo fährt er rum wo gondelt denn der rum das ist viel zu nahe der kollege ach ja nee da war oh gott jetzt ja ja ich hab schon kapiert ich hab schon kapiert ich hab schon kapiert muss ihn hinhalten und dann löten das heißt ich muss dabei kurz die taschenlappe weg tun wenn ich wisse wo er ist wo ist er wo ist er da kommt die ekel und jamske wo ist er ah ah es gibt nicht das das oh gott das ist viel zu nahe das hört sich alles viel zu nahe gerade an da ist er so das das alles alles deine 過去 musst du doch nur verlöten dann ist das ganz so unglaublich kompliziert sei musst du nur verlöten haben zu sehen ich habe glaube ich nicht ja 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 ich glaube ich habe nicht rechtzeitig blenden können wo zum geier ist der also klein viel zu nahe jetzt der war viel zu nah für mein taste ja ich bin gerade mit dem blöden irgendwie verdienst worden keine ahnung es ist eigentlich alles ganz simpel weißt es ist alles simpel pretty much aber was kann ich mit kann jetzt weil das im fernseher das habe ich schon gesehen irgendwas kann ich mit dem blaster dann hier machen ja was all the place gibt neue aufgaben wie es gibt aufgaben es gibt neun feld ach ja schon bankabahn können wir noch mal machen das mit der küche haben es gibt so viele sachen kühlkammer er hat es muss ich noch ein bisschen gucken ticket schalter system location es gibt noch so viel aber damit lasse ich erst mal gut sein wir schauen beim nächsten mal in alle ruhe weiter ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche noch einen schönen tag macht's gut